Hallo und herzlich willkommen bei derautotester.de, eurem kompetenten Online-Magazin. Heute nicht mit unserem Aushängeschild Jan Weiznecker, sondern tatsächlich mit mir, dem Azubi, dem Matthias. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr bleibt jetzt auf alle Fälle dran, denn ich habe etwas Spannendes für euch dabei. Nämlich geht es heute um Elektromobilität bei Kia und zwar den Kia eSoul. Und den möchte ich mit euch heute genauer anschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und ansonsten natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und das Like, wenn es euch gefällt. Viel Spaß! Der Kia Soul ist in der dritten Produktgeneration jetzt auf den Markt gekommen, so wie er hier steht. Die erste Generation kam 2008 auf den Markt, die zweite Generation kam dann 2014 auf den Markt. Diese wurde dann auch erstmalig elektrifiziert. Zum Schluss gab es hier in Europa dann auch nur noch den Kia Soul EV, also die Elektrovariante. Und jetzt kommt die dritte Generation hier auf den Markt seit 2019 und bietet einen rein elektrischen Antrieb. Witzigerweise, es gibt hier noch eine Motorhaube, unter der der Elektroantrieb arbeitet. Es gibt in den USA dann die Version noch mit Verbrenner. Für Europa und Deutschland ist das definitiv kein Thema. Bei uns gibt es ihn lediglich in zwei verschiedenen Leistungs- und Akku-Ausbaustufen. Die Front, die wir hier sehen, ist typisch Kia Soul sehr verspielt, immer so ein bisschen eigenständig. Man möchte hier auch definitiv mit dem Design polarisieren bei dem Kia eSoul, wie er jetzt heißt. Ich persönlich finde, dass diese Front hier mit diesen kleinen serienmäßigen LED-Scheinwerfern, die so durchgängig ist, das hat so ein bisschen was vom aktuellen Citroën-Design oder vom Land Rover. Aber schreibt es uns doch einfach mal unten in den Kommentaren, was euch diese Front so ein bisschen erinnert. Würde mich mal sehr interessieren. Des Weiteren haben wir hier einen etwas ausgestellten, sehr cleanen Front-Schürzen-Aufbau, in dem wir tatsächlich hier auch gleich die Ladestecker haben. Denn interessant ist, der Soul kann eben auch mit Combined Charge-System, das heißt im Schnellladesystem, CCS, geladen werden und dies über die Front. Ja, es ist immer so auch so eine Geschichte, wo kommt denn die Ladebuchse eigentlich hin? Hier ist sie in die Front installiert. Bei vielen wird es einfach statt der in die Tankklappe gebastelt. Jetzt ist die große Frage, was ist denn eigentlich sinnvoller? Was würdet ihr sagen? Front oder hinten? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen jemand. Lasst uns darüber diskutieren. Also das werdet ihr merken in diesem Review. Der Kia eSoul ist 4,21 Meter übrigens lang, 1,60 Meter hoch und hat so einen Radstand von gut 2,60 Meter. Der Wagen streckt sich doch relativ lang, hat aber so eher so ein würfelartiges Design für mich. Gerade vor allem die Fahrgastzelle sehr würfelartig, sehr positiv, aber wir haben eine gerade Dachlinie, auch wenn die optisch tatsächlich hier leicht abfallend ist, da man eben diese Fensterkante so ein bisschen abgesenkt hat und die hinten so ein bisschen anhebt. Hier haben wir auch noch einen schönen Soul-Schriftzug drinnen und natürlich, der Wagen steht serienmäßig auf 17 Zoll Leichtmutterräder mit so ein bisschen Bling-Bling-Einsatz. Das ist sehr schön. Wir haben übrigens hier die höchste Ausstattungsvariante. Es gibt drei an der Zahl, Edition 7, Vision und Spirit. Das hier, wie gesagt, die Spirit-Ausstattungslinie. Mir persönlich gefällt dieses In-Box-Design, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Ich bin jetzt kein Design-Fetischist und ich werde jetzt auch nicht so viel über das Design reden können. Aber an sich ein sehr schönes, aber auch wirklich auffälliges Fahrzeug, wie ich finde. Ja, ein sehr eigenständiges Design-Merkmal beim Kia eSoul ist natürlich die Heckpartie, denn da hat man sich so einen kleinen Design-Clou wieder einfallen lassen. Und das ist sehr, sehr schön, vor allem diese sehr gesprungenen, riesigen Rückleuchten, die wir hier haben, die man tatsächlich miteinander auf der anderen Seite verbunden hat mit diesem roten Band hier oben, wo aber nur die dritte Bremsleuchte hier in der Mitte drinnen ist. Das sehen wir jetzt auch sehr schön. Das ist hier schön beleuchtet. Das ist das normale Licht, was wir haben. Hier oben befindet sich lediglich einfach nur eine rote Blende, die tatsächlich designtechnisch das Ganze aufpeppen soll. Genauso wie dieser kleine Einsatz hier hinten, die Heckscheibe ist zwar sehr breit, aber insgesamt auch jetzt nicht sonderlich riesig zum Durchschauen. Einen kleinen Heckscheibenwischer haben wir noch dran gesetzt. Wir haben hier unten übrigens die Rückfahrkammer, die sich hier unten im Spritzwasserbereich befindet. Sehr schade für mich. Des Weiteren haben wir hier unten noch eine silberne Applikation, die eben diesen kleinen Offroad-Charakter, den die Leute aktuell so lieben, hervorheben soll. Ein rot abgesetzter Soul-Schriftzug. Dann natürlich noch hier das Badge für die Elektromobilität bei Kia Eco Electric. Natürlich keine Auspuffeindrohre, ein E-Kennzeichen, weil rein elektrisch ist, ganz klar. Aber ich würde mal sagen, an sich ganz hübsch. Aber interessanter ist natürlich, was sich hinter der Heckklappe verbirgt. Die Heckklappe schwingt weit auf. Da kann man auch mit größer 1,80 noch gut drunter stehen. Ab 1,90 wird es dann auf alle Fälle eng. Dennoch, der Kofferraum, wie man sieht, ist eher klein bemessen. 315 Liter im Standardvolumen. Wenn wir den doppelten Ladeboden nach unten versetzen, dann haben wir auch eine maximale Tiefe aktuell. Nur von 66 Zentimetern ist der Ladeboden nach oben versetzt. Dann haben wir unterhalb dieser kleinen Hutablage, die wir sehen, lediglich 40 Zentimeter Ladehöhe. Die Rückenlehne lassen sich im Verhältnis 60 zu 40 umlegen. Somit bietet sich dann, wenn wir umlegen, eine fast ebene Ladefläche. Und dann können wir das Standardvolumen auf 1.339 Liter erweitern. Was dann ein gutes Golfmaß ist, während der Standard-Kofferraum da deutlich hinterher hinkt. Natürlich darf nicht die obligatorische Sitzprobe im Fond fehlen. Hier im Kia eSoul. Es sitzt sich mit meinen 1.78 sehr komod hier hinten. Wir haben auch den Sitz auf mich eingestellt, 1.78. Die Füße passen unter den Vordersitz. Ich habe sogar noch ein wenig Knieraum. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben auch natürlich, und jetzt kommen wir wieder zu dem Vorteil, dieses geraden Daches. Wirklich viel Platz hier im Fond. Die Kopfstützen lassen sich natürlich weit ausfahren. Das bietet sich auch an. Sehr schön auch. Hier in der höchsten Ausstattungslinie Spirit sind die Fondsitze beheizbar in zwei Stufen. Was mir allerdings ein wenig fehlt, ist vielleicht noch eine zweite USB-Schutzstelle. Wir haben hier eine. Eine Mittelarmlehne gibt es hier auch nicht. Gut, aber nichtsdestotrotz zumindest Haltegriffe haben wir. Wir haben hier eine nette Beleuchtung, die aber nicht nach LED ausschaut. Könnte man vielleicht auf LED noch abändern. Meine Meinung, wenn wir schon ein rein elektrisches Fahrzeug haben, wäre das vielleicht nicht so verkehrt. Die Sitzposition hier im Kia E-Soul ist wirklich einwandfrei. Man fühlt sich schön in das Fahrzeug hier so ein bisschen integriert. Ich habe genügend Kopffreiheit, genügend Bewegungsfreiheit. Es stößt nirgendwo an das Knie, der Kopf natürlich nicht. Wir haben ein in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbares Lenkrad. Die Sitze bequem, hier optional in Leder gefasst mit Sitzheizung und Sitzlüftung. Also sehr komfortabel natürlich und luxuriös das Ganze, elektrisch verstellbar. Und so findet dann auch jeder hier wirklich eine sehr, sehr gute Sitzposition hinter dem Lenkrad. Dennoch würde ich sagen, schauen wir uns viel mehr jetzt den Innenraum an, denn der hat durchaus auch ein paar schöne Seiten. Wie gesagt, der Innenraum vom Kia E-Soul ist doch schon sehr, sehr schön designt. Und mir gefällt das wirklich gut. Man hat hier das Ganze auch schön durchdacht. Zentrales Element ist natürlich hier der 10,25 Zoll Display. große Info-Screen, den wir hier haben, der zum optionalen großen Navigationssystem gehört. Es gibt noch einen 8 Zoll serienmäßigen Schirm, der auch hochauflösend ist. Auch die Anbindung Apple CarPlay und Android Auto bietet. Hier aber tatsächlich dann einfach mit diesem System ist man, für meine Begriffe, was auch mit Harman Kardon Soundsystem kommt übrigens und auch einen tollen Klang bietet, bestens aufgestellt. Denn wir sehen hier wirklich eine absolut gestochen scharfe Auflösung. Wir können uns auch hier diese einzelnen Widgets, die wir haben, tatsächlich individuell noch anpassen. Wir können eben hier sagen, dass wir die Karte rausziehen oder die Sortierung übrigens anders machen, wie wir das haben wollen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es dauert natürlich ein bisschen so eine Gewöhnungsgeschichte, die man immer hat. Aber an sich gefällt mir das sehr gut. Der Touchscreen reagiert auch sehr, sehr schön. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten der Einstellung, der Abrufen von Daten. Wir können auch über die sogenannte UFO-App, UVU, können wir tatsächlich aufs Fahrzeug zugreifen. Wir können dann den Elektrostatus, also den Batteriestatus checken. Wir können auch die Klimatisierung an der Ladesäule steuern, sodass das Fahrzeug klimatisiert wird innen. Sehr, sehr schön. Die Karten übrigens vom Navigationssystem sind auf TomTom Live-Basis. Wir haben also auch Real-Time-Traffic-Informationen, da hier eine E-SIM verbaut ist, die uns dann auch einen Online-Zugang ermöglicht und hier auch für perfekte Konnektivität sorgt. Wir haben dann hier noch ein großes 7-Zoll-Info-Display und zwar als Kombi-Instrument. Das bietet auch noch eine Möglichkeit der Einstelloptionen, die wir hier über das Multifunktionslenkrad bedienen können. Mir persönlich ist das Multifunktionslenkrad allerdings auf den ersten Moment ein bisschen zu kompliziert aufgebaut. Viele kleine Knöpfchen, da muss man sich erstmal ein bisschen konzentrieren oder aber einfach mit der Bedienung erst einmal vertraut machen. Wir haben ein klassisches Klimabedienteil, gefällt mir auch sehr gut. Ein-Zonen-Klima-Automatik. Na gut, hätte man vielleicht auch zwei Zonen draus machen können, aber ist nicht dramatisch. Wir haben hier ein Induktiv-Ladefeld. Wir haben einen USB-Anschluss für die Konnektivität. Ein-Zweiten-Ladeanschluss hier unten drunter und noch 12 Volt, falls wir da auch noch mal mehr Strom benötigen. Dann hier wird das Ganze gestartet. Das Getriebe wird dann hier angesteuert mit Reverse, Neutral und Drive. P ist einfach nur das Knopf. Und ansonsten haben wir hier noch dann die Komfortfunktionen. Sitzheizung, Sitzlüftung, Drive-Mode, Autohold für die elektronische Parkbremse oder aber ein Parkhilfe, die Lenkradheizung. Eine Mittelarmlehne haben wir hier noch, die leider nicht verschiebbar ist. Zwei Cup-Holder. Die Materialien wirklich sehr, sehr hochwertig. Also hier hat man tatsächlich noch so ein bisschen Leder drübergezogen über die Hutze. Ein Head-Up-Display gibt es noch. Ich persönlich finde das Head-Up-Display zwar sehr, sehr toll, weil es sehr, sehr gut auflösend ist. Allerdings ist es mir von der Position ein bisschen zu tief, würde ich jetzt nicht unbedingt benötigen. Die Kunststoffe hier wirklich weich, schön aufgeschormt und wirklich toll ineinander aufgebaut. Wir haben hier so ein schönes rundliches Design-Element. Hier an der Seite haben wir dann noch so ein kleines eckiges mit den kleinen Speakern drinnen. Da haben wir hier an der Seite noch so schöne kleine Elemente, die sich hier reinziehen. Also mir gefällt das hier drinnen wirklich richtig, richtig gut. Aber natürlich darf man ja nicht vergessen, wie fährt sich eigentlich der E-Sol. Das schauen wir jetzt an. Elektroautos sind ja nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern sie entschleunigen für meine Begriffe auch den Fahrer deutlich. Und das Fahrverhalten wird entspannter und ruhiger, weil man natürlich viel mehr auf den Ökogedanken oder respektive auf die Reichweite schaut, wie man einfach viel effizienter von A nach B kommt. So auch mit dem Kia e-Sol. Dafür gibt es allerdings zwei Möglichkeiten, die ihr beim Kauf habt. Es gibt eine kleine Batterie mit 39,2 kWh und einem 136 PS leistenden E-Motor. Oder aber tatsächlich mit einem großen Akku, der auch tatsächlich hierzulande nur als einziges gekauft wird. Kaum ein e-Sol wird übrigens mit dem kleinen Akku gekauft. Warum? Reichweiten-Angst? Der große Akku leistet 64 kWh und bietet somit eine Reichweite laut NFZ im Realitätsmodus von 455 km. Das können wir nach unserer Testfahrt hier rund um Rüsselsheim auch grob bestätigen, denn mein Durchschnittsverbrauch lag bei rund 16 kWh. Das ist ungefähr die Werksangabe. Schön auch beim Elektroauto ist dieses One-Pedal-Feeling, mit dem man dieses Fahrzeug steuert. Das heißt, man hat nur das Gaspedal. Mit dem Gaspedal kann man aufgrund der hohen Rekooperation, die einstellbar ist in drei verschiedenen Stufen, über die Pedals hier, hat man die Möglichkeit, quasi Beschleunigung und Bremsvorgang mit dem Gaspedal zu steuern. Was sehr, sehr lustig und vor allem auch sehr interessant ist. Man braucht dieses normale Bremspedal kaum noch. Wenn man es gezielt einsetzt mit der Rekooperation, dann kommt man tatsächlich meist schon an der Ampel oder so zum Stehen, ohne dass man das normale Bremspedal benutzt. Ist ja auch wiederum gut für die Feinstaubbelastung. Zudem bietet Kia im eSoul auch mehrere Fahrmodi. Wir haben einen Eco-Plus-Modus. Da wird dann wirklich alles auf komfortabel getrimmt, Klima-Auto-Anlage ausgeschaltet und so weiter und so fort. Dann gibt es einen Eco-Modus, es gibt einen Normal-Modus und einen Sport-Modus. Beim Sport-Modus steht natürlich alles klar im Vordergrund auf Vortrieb. Die 204 PS und 390 Newtonmeter schieben den eSoul dann richtig voran. 7,9 Sekunden maximal auf 100 oder Top-Speed sind übrigens 167 Stundenkilometer. Dann wird elektronisch abgeregelt. Thermomanagement für die Akkus natürlich. Auch wichtig ist natürlich die Konnektivität, die wir hier schon gezeigt haben. Neben der Konnektivität gibt es auch die Assistenz. Und die schreibt Kia hier im eNiro richtig groß. Wir haben einen aktiven Abstandsregeltempomaten. Wir haben eine aktive Spurführung. Wir haben einen Stauassistenten. Wir haben einen Notbremsassistenten, einen Autonomen, der auch Fußgänger erkennt. Nicht nur Autos und natürlich toten Winkelassistenten, Querverkehrswarner für die Stadt. Und das ist natürlich also vollumfänglich. Hier sind wir auf dem Stand der Technik komplett mit dabei. Beim Fahrwerk haben übrigens die Ingenieure echt gute Arbeit geleistet. Der E-Soul ist wirklich eher straff abgestimmt, bietet aber einen guten Restkomfort. Einen sehr engen Wendekreis von 10,6 Metern, was ideal für die Stadt ist beim Manövrieren und Wenden. Und natürlich ist die Lenkung leichtgängig, sodass das Ein- und Ausparken in der Stadt wirklich leicht von der Hand geht. Und zudem bietet die Lenkung auch im Alltag noch eine gute Rückmeldung. Ist zwar nicht die direkteste, aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Ja, Kia hat mit der zweiten Generation des elektrischen Soul tatsächlich ein richtig feines Elektrofahrzeug hier auf die Beine gestellt. Was von Platzverhältnissen für Alleinstehende ganz gut ist. Aus Familien würde ich jetzt sagen, ist das Fahrzeug nicht unbedingt geeignet aufgrund des kleinen Kofferraumvolumens. Das ist schon eher so ein bisschen auf städtisch ausgelegt, bietet aber mit den zwei Reichweiteoptionen, das heißt mit der kleinen Batterie oder aber der großen Batterie, die wir hier getestet haben, durchaus ein hohes Maß an Variabilität, was der Kunde denn auch tatsächlich beim Elektroauto so wünscht. Und mir hat er wirklich gut gefallen, lässt sich schön fahren, macht auch echt Spaß und Laune mit dem Elektroantrieb. Der Preis, da geht es bei 33.990 Euro los für die kleine Variante als Edition 7 mit dem kleinen Motor. Und so wie der große hier dasteht, liegen wir bei rund 45.000 Euro. Das ist natürlich erst einmal wirklich viel Geld, bietet aber auch hier einen guten Gegenwert, denn wir haben eine große Batterie mit gut 450 Kilometer Reichweite. Wir haben wirklich alles Mögliche an Ausstattungsoptionen hier drinnen, was das Leben schön und auch komfortabel macht mit Ledersitzen, elektrisch verstellbar, Rückfahrkamera, Einparkhilfe, sämtliche Assistenzsysteme, die gut ergängig sind. Und damit bietet der E-Soul tatsächlich ein wirklich tolles Package im E-Fahrzeugbereich. Jetzt seid aber ihr natürlich da draußen gefragt, was sagt ihr denn zum Kia E-Soul? Es ist ein gutes Elektrofahrzeug, seid ihr ihn vielleicht gefahren? Wo seht ihr die großen Nachteile? Mein größter Nachteil ist nicht der Preis, sondern tatsächlich die Lieferzeit, denn die liegt bei rund 10 bis 12 Monaten aktuell. Ich sage danke, dass ihr reingeschaut habt bei der-autotester.de und bitte vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und auch die Abo-Glocke zu geben und ansonsten weitere Fragen und Anregungen unten in die Kommentarbox.